Das ist das Geheimnis von Andreas Kofler. Andi, herzlichen Glückwunsch. Seit heute ist Andreas Kofler ein Stück Skisprunggeschichte. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich sensationell an. Ich habe mir das natürlich nie träumen lassen, weil es heuer die Saison für mich schon super umgefangen hat. Das ist eigentlich das Sonnehalbchen auf dem Ganzen. Für mich war es heuer das Wichtigste, dass ich mich wieder zurückkämpfen konnte. Das hat super funktioniert. Mit einem Tornay-Sieg kann man das einfach nicht zwingen. Heute war es einfach so, dass es passiert ist. Das ist ein sensationelles Gefühl für mich. Du warst locker. War locker dein Geheimnis heute? Der Druck war groß vor dem heutigen Tag. Ja, der Druck war am größten Garmisch. Also für mich war da auch der Knackpunkt, weil da habe ich natürlich versucht, das auch zu beweisen, dass ich gewinnen kann und dass ich Gas geben kann. Und da hat es zwei Springen brauchte. Also Garmisch und Innspruch, da wollte ich ein bisschen Schwung holen und kennen. Und heute bin ich auf jeden Fall schon wieder leichter und lockerer angegangen. Und es hat genau gepasst. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank.